Vitrine Media ist stets um die Verbesserung seiner Produkte bemüht. So würde aus dem VM-One das VM-One Hybrid, ein weiteres LED-Display, das jetzt sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden kann. Ebenso lassen sich mehrere Formate in einem Schaufenster kombinieren. Für Kunden ein grosses Plus an Gestaltungsfreiheit. Das VM-One ist das elegante Modell in der Display-Reihe von Vitrine Media. Eine Seite ist verkromt und die andere Seite im schlichten Weiss gehalten. Für eine grosse Auswahl sorgt die Formatvielfalt. Das VM-One Hybrid ist in den Größen A4 bis A0 erhältlich, sowie als Banner S und L. Dank seiner abgeschrägten, nahtlosen Leuchtkanten und seiner 6400 Lux Beleuchtungsstärke, ist das VM-One Hybrid dafür konzipiert, größte Wirkung und Sichtbarkeit im Schaufenster zu erzielen. Dank seiner neuen Fixierungen ist es einfach zu installieren und mit der bisherigen Stromschiene und den Befestigungssets von Vitrine Media nutzbar. Das digitale Light & Play lässt sich ebenfalls mit dem VM-One Hybrid kombinieren, für eine noch werbewirksamere Installation. Mit dem VM-One Hybrid lassen sich beeindruckende Schaufenster gestalten. 18.000 Lux Beleuchtungsstärke 20.000 Lux Beleuchtungis 20.000 Lux Beleuchtungsstärke 20.000 Lux Beleuchtung 20.000 Fn. 21.000 USD